Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Channel der Megadima. Mit diesem Video wollte ich mich ganz kurz vorstellen und auch ein wenig verraten, was euch hier alles erwarten wird. Okay, mein Name ist Dimitri oder auch ganz einfach Dima. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, werde ich ganz dringend empfehlen, auf meinen Kanal zu gehen und mich zu abonnieren. Oder auch einen Kommentar hinterlassen. Finde ich eigentlich auch schön. Ansonsten kommt mein Manager Günther heute Nacht zu dir, um ein nettes und freundliches Gespräch mit dir zu führen. Und das wollen wir noch beide nicht, oder? An deiner Stelle würde ich lieber abonnieren. Aber es ist Günther. Okay, das war natürlich Spaß mit dem Günther, denn Günther hat heute Nacht leider keine Zeit, aber morgen wird er bestimmt Zeit finden. Jetzt aber ernst, wenn du mich mit deinem Abo oder mit deinem Daumen hoch unterstützt, dann werde ich mich riesig drüber freuen. Und ihr werdet auch keine Probleme mit Günther haben. Ja, das war's schon wieder für heute. Und da kann ich nur eins sagen. Ciao, wir sehen uns bald wieder. 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 Bis zum nächsten Mal.